Herzlich willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem heutigen Video geht es einmal um meine Tops und Flops aus dem Jahr 2023 und wie auch im letzten Jahr geht es in diesem Video nicht darum, welches Unternehmen besonders gut performt hat. Kann natürlich sein, dass es durchaus auch ein Bestandteil nachher wird oder welches Unternehmen hier besonders schlecht performt hat, sondern es geht hauptsächlich um Entscheidungen, die ich getroffen habe, ob ich die rückwirkend sehr gut fand oder nicht. Klar kann man sagen, dass da dann auch ein Rückschaufehler jetzt auftritt. Nichtsdestotrotz, denke ich, ist es wichtig zu schauen, war das alles optimal, was 2023 passiert ist, was hätte ich anders machen können zu bestimmten Zeitpunkten. Und ja, das Ganze dann für die Zukunft mitnehmen, um dann entsprechend anders zu reagieren, falls sich ähnliche Situationen nochmal ergeben. Und starten tun wir einmal mit meiner Branchengewichtung und zwar den Immobiliensektor, der in meinem Depot ja immer relativ hoch gewichtet ist, mit 21,44% aktuell gewichtet. Und Anfang 2023 gab es da noch eine weitere Position in meinem Depot und zwar Omega Healthcare mit fast 2.600 Euro relativ hoch gewichtet. Zu dem Zeitpunkt waren es roundabout 5%, die diese Position ausgemacht hat. Und die habe ich relativ frühzeitig im Rahmen des Zinswandels dann aus meinem Depot entsorgt, um halt doch diese zinskritische Branche Immobilien ein bisschen geringer zu gewichten. Ja und performance-technisch hat das tatsächlich nicht so diesen riesen Einfluss gehabt, diese Position aus dem Depot zu werfen. Omega Healthcare hat sich bisher vom Kurs ganz okay entwickelt tatsächlich, aber es gibt ein paar andere Gründe, die dazu führen, warum ich weiterhin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung bin. Zum einen hatte ich dann zu diesem Zeitpunkt eine etwas geringere Gewichtung im Immobiliensektor, aber wenn man sich auch mal die weitere Entwicklung der Zahlen anschaut von Omega Healthcare und da schauen wir mal ganz schnell nur in den Aktienfinder rein, dann sieht man, dass die hier Funds from Operations 2021 in Höhe von 3,31$ hatten. Das Ganze läuft hier seit mehreren Jahren zurück, soll nächstes Jahr auch weiterhin der Fall sein. Dann sollen die nur noch 2,72$ betragen und ja, das sind dann schon fast 20%, die die FFO da zurückgelaufen sind. Ob dann tatsächlich die Wende kommt, sei mal dahingestellt, man ist bei der Ausschüttung dann aber um die 100%, bei den Adjusted Funds from Operations wird man dann sogar schon leicht drüber liegen. Also das wirklich immer noch alles relativ knapp hier und auch wenn man sich mal so ein paar andere Entwicklungen anguckt, die Schulden steigen weiter an bei Omega Healthcare, die Zinsbelastung wird in den nächsten Jahren auch noch weiter steigen, dadurch, dass die Zinsen zumindest bisher noch nicht wieder gesenkt wurden. Das soll jetzt langsam passieren, aber selbst wenn es die ein oder andere Kürzung gibt, werden neue Zinsen trotzdem oder neue Schulden höher verzinst sein. Und ja, dementsprechend dürfte das für Omega weiterhin eine angespannte Sache bleiben. Und auch hier hinten, man gibt weitere Aktien aus, ohne dass hier auf der Einkommensseite was da hinzukommt, sondern einfach um Kapital zur Verfügung zu haben, was auch nicht so wirklich toll ist, weil wenn man mal schaut, derzeit gibt es 9,03% Dividende und jede Aktie, die man neu ausgibt, muss das dann ebenfalls oder kriegt das dann ebenfalls als Ausschüttung, was zu einer weiteren zusätzlichen Belastung führt. Und ja, dementsprechend bin ich ganz froh, bei Omega Healthcare raus zu sein. Und war das Unternehmen, was ich am kritischsten gesehen hatte, im Immobilienbereich. Bisher kurstechnisch, wie gesagt, hat sich das Unternehmen noch ganz gut gehalten. Aber das wird die nächsten Jahre, denke ich, weiterhin eine Wackelpartie sein, ob Omega da ohne Dividendenkürzung durchkommt und dementsprechend der Kurs gegebenenfalls nochmal kräftig absackt. Ja, dann einmal zurück zum Depot. Und der Verkauf von Omega Healthcare hatte noch eine zweite gute Sache. Dadurch, dass die Gewichtung dann in der Branche ein bisschen niedriger war, hatte ich mir eigentlich auch keinerlei Probleme, dann als die Talfahrt der Reeds und Immobilien so richtig an Schwung aufgenommen hatte, nachzukaufen. Und wenn man dann bei den Wertpapieren einmal schaut, das habe ich tatsächlich bei fast allen Immobilienunternehmen gemacht. Nur beispielsweise hier einmal bei Realty Income hatte ich 20 Aktien noch aufgesammelt für unter 50 Euro. Und besonders gut getroffen und besonders stark abgestraft war auch American Tower, die ich hier dann für 155 Euro nachgekauft habe, drei Aktien. Und ja, habe dann in diesem Position ein bisschen was zugekauft. Hätte ich Omega Healthcare weiterhin im Depot, hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht, weil die Gewichtung dann dieses Sektor schon ein bisschen höher gewesen wäre und ich nicht noch mehr Geld dann hätte reinschießen wollen. So hatte ich allerdings kein Problem damit. Es hat mir ein bisschen Spielraum gegeben, dann in dieser Branche, in diesem Tief- oder Zwischentief. Ganz genau weiß man es ja noch nicht. Nachzukaufen und habe die Gelegenheit genutzt und hier dann aufgestapt. Ja, und als nächstes gehen wir jetzt einmal ein bisschen zum Zahlenwerk über. Was mir ebenfalls gut war dieses Kalenderjahr, waren die Gebühren. 20, 23 hier rot dargestellt, mit Abstand das beste Jahr, was die gezahlten Gebühren angeht. Also möglichst wenig natürlich. Und das hat zwei Gründe. Zum einen habe ich hier Anfang des Jahres buchungstechnisch eine Gutschrift drin. Das liegt daran, dass ich hier mein Trade Republic-Konto aufgemacht hatte, da eine Gutschrift bekommen habe und die ich hier als positive Gebühren erfasst habe. 41,90 Euro waren das. Und ja, das gab es in den Vorjahren natürlich nicht. Nichtsdestotrotz, insgesamt ist das ja, was die Gebühren angeht, trotzdem sehr, sehr gut gelaufen. Wenn man hier hinten mal schaut, 33,02 Euro habe ich an Gebühren gezahlt. Wenn man jetzt diese Gebührengutschrift rausnimmt, dann sind es immer noch in Anführungsstrichen nur 75 Euro, die ich an Gebühren gezahlt habe. Und wenn man sich die Vorjahre anguckt, dann ist das deutlich mehr. Das hat natürlich auch seine Gründe. 2020 hatte ich angefangen, mein erstes Depot aufgemacht bei der Konsorsbank. Da sind die Käufe doch ein bisschen teurer. Gerade einmal Käufe kosten da einiges. Klar, auch Sparpläne mit 1,5% kosten einiges im Vergleich zu Scalable oder Trade Republic. Damit kann ich aber auch ganz gut leben, weil die Konsorsbank ein bisschen mehr Auswahl bietet, auch was die Sparpläne angeht. Einige Positionen kann ich nur dort besparen und dann zahle ich diese 1,5% in Anführungsstrichen gerne. Ja, das war 2020 der Grund für die höheren Gebühren. Und 2021 und 2022 ging es dann nochmal ordentlich nach oben. Was einen auch deutlich zeigt, ja, hin und her, mach Taschen leer. Da hatte ich viele Positionen ja abverkauft, weil ich ein bisschen liquide sein wollte im Rahmen des Wohnungskaufs. 2021 verkauft. 2022 hat sich dann herausgestellt, dass einiges an Geld übrig bleibt. Und dementsprechend habe ich dann Positionen wieder aufgebaut. Und ja, das hat tatsächlich einiges an Geld gekostet. Und ja, roundabout 600 Euro sind in den zwei Jahren aufgelaufen. Nichtsdestotrotz bin ich damals ganz glücklich rausgekommen, weil ich ziemlich auf dem Hoch verkauft hatte und dann ziemlich genau in dem ersten Zwischentief wieder reingekommen bin. Das heißt, es war insgesamt sogar positiv, dass ich dort verkauft und gekauft hatte, trotz der hohen Gebühren. Das war natürlich aber mehr Glück als geplant. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass die Gebühren dieses Jahr deutlich, deutlich geringer sind als in den Vorjahren und ich da auf einem guten Weg bin. Ja, und wenn wir schon bei den Zahlen sind, gibt es natürlich eine zweite Sache, die ich sehr gut finde, die ich aber auch schon in meinem Jahresrückblick hatte. Deswegen halte ich mich hier einmal sehr kurz und zwar bei den Erträgen, die Einkünfte logischerweise fast 2000 Euro gab es in dem letzten Kalenderjahr. Das sind 700 Euro und ein bisschen mehr als im Vorjahr, was ein enormes Wachstum ist, was mich natürlich enorm freut, weil das ja einer meiner Hauptanliegen ist, erstmal hier diesen Dividenden Schneeball ins Rollen zu bringen. Und da bin ich auf einem sehr, sehr guten Weg. Und weil ich das, wie gesagt, schon ein bisschen zerpflückt hatte in einzelnen Videos, halte ich mich hier einmal kurz, was vielleicht noch interessant ist. Meine Gesamteinkünfte an Dividenden, da muss ich einmal hin, haben im Dezember dann auch die 4000 Euro jetzt übersprungen. Inzwischen stehe ich bei 4.103,84 Euro, die ich in vier Jahren in Form von Dividenden bekommen habe. Und ja, die nächsten Jahre werden die Zahlungen tendenziell immer größer und immer mehr. Sodass dieser Schneeball hier tatsächlich so richtig ins Rollen kommt. Gerade im Mai, wenn die deutschen Einmalzahler kommen, man sieht es hier, da macht das Ganze immer einen ordentlichen Sprung und der wird von Jahr zu Jahr auch größer. Und so wird es dann hoffentlich auch dieses Jahr wieder sein. Ja, und eine letzte positive Sache nehme ich dann noch aus dem Kalenderjahr 2023 mit. Und dafür müssen wir einmal in diese Grafik hier reingehen. Und die zeigt einmal an blau meine Einzelaktien, welchen Anteil die haben, welchen Anteil meine ETF-Position haben und dann das Cash noch orange aufgeführt. Und man sieht im Grunde hier seit dem ersten Quartal, seitdem das durch ist 2022, wo das noch nur 1,4% waren, nimmt das doch stetig zu. Zu dieser rote Bereich zum Jahreswechsel waren es schon 3,1%, die meine ETF-Position ausgemacht haben. Und im letzten Kalenderjahr lief das tatsächlich sehr ordentlich weiter, dass die Positionen Stück für Stück einen größeren Anteil an meinem Gesamtdepot haben. Inzwischen liegt der Mailch bei 7% zum Jahreswechsel, also mehr als verdoppelt den Anteil an meinem Depot. Und das dürfte im jetzt begonnenen Kalenderjahr weitergehen, dadurch, dass ich ja zum Jahresanfang meine ETF-Sparpläne auch erhöht hatte. Der MSCI World wird jetzt mit 100 Euro bespart, der Fidelity Global Quality Income ETF mit 50 Euro und der Spider Small Cap ETF weiterhin mit 25 Euro. Und ja, anhand dessen werden alleine 2.100 Euro in meine ETF-Position fließen in dem aktuellen Kalenderjahr. Und das alleine reicht schon aus, damit der Anteil weiter wachsen wird. Ja, und damit sind wir dann auch mit den Tops durch und dann kommen wir zu den Flops 2023. Und das hängt tatsächlich alles so ein bisschen miteinander zusammen. Und natürlich bin ich nicht hundertprozentig zufrieden mit meiner Performance, die ich hatte mit 5,4%. Ja, positiv. Aber wenn man sich den breiten Markt mal anschaut, der lief doch deutlich besser. Das liegt natürlich an der Titelauswahl, die ich in meinem Depot habe. Wenn man über einen längeren Zeitraum guckt, über die letzten zwei Jahre, dann sieht das wieder deutlich besser aus. Wenn man über einen ganz langen Zeitraum guckt, seitdem ich an der Börse bin, sieht das so lala aus. Und ja, da habe ich insbesondere Anfang des Jahres eine Möglichkeit eindeutig verpasst. Und da nehmen wir beispielhaft mal die Microsoft hier raus. Man sieht es, Microsoft hatte hier direkt zum Jahresbeginn einen Zwischentief. Und auch bei Microsoft hatte ich nicht nachgekauft. Und so ging es bei fast allen Tech-Werten. Also auch eine Apple, Nvidia, eine Google, also eine Alphabet in dem Falle dann. Oder auch eine Meta. Alle hatten hier einen ziemlichen Tiefpunkt. Und diese Marktphase habe ich nicht ausgenutzt, hier zumindest mal ein, zwei Positionen aufzubauen. Es gibt einige Unternehmen, die finde ich einfach nicht gut. Dazu gehört zum Beispiel eine Meta, die einfach von ihrem Geschäftsmodell Social Media... Ja, ich weiß, ich bin auf YouTube unterwegs. Aber auch bei YouTube gibt es einige Sachen, die mich stören. Zum Beispiel, dass doch relativ viele Bots unterwegs sind. Man die Kommentare dann sperren muss, blocken muss. Ja, da auf technischer Seite tatsächlich immer noch nicht viel gemacht wird. Das finde ich hält sich bei YouTube aber noch in Grenzen, wenn ich da andere Seiten sehe, die gerade halt von Facebook betrieben werden. Ja, bin ich kein großer Fan von. Dementsprechend würde ich zum Beispiel in das Unternehmen nicht investieren. Aber gerade, also trotzdem finde ich eine Alphabet interessant, die auch noch deutlich andere Sachen haben. Oder auch insbesondere eine Amazon. Und auch diese beiden Werte sind zu diesem Zeitpunkt gut zurückgelaufen. Und man hätte hier zumindest mal ein paar Anteile aufsammeln können. Die Gelegenheit wird es bei diesen Werten nicht ganz so oft geben. Rückblickend war das definitiv ein Fehler, hier stur und stumpf an der Strategie festzuhalten, den Cashflow erstmal weiter aufzubauen. Selbst wenn es erstmal nur kleinere Positionen sind, die ich bei den Werten aufbaue, dadurch, dass es halt auch Wachstumsunternehmen sind, wird sich das mit der Zeit dann sicherlich lohnen. Und ja, dass das jetzt so grandios läuft in dem Kalender, ja, das kann dann dazu führen, dass sich das jetzt um diesen Rückschaufehler handelt. Das war natürlich nicht vorherzusehen, aber nichtdestotrotz sind es nun mal grundsolide Unternehmen, die allesamt stark wachsen und wo der Kurs dann früher oder später wieder anziehen wird. In dem Falle war es früher. Und ja, ist auf jeden Fall eine verpasste Chance, die ich hatte. Und was da ebenfalls mit rein spielt, also zum einen war jetzt natürlich der Flop die Performance und dass ich diese Gelegenheit nicht genutzt habe, war dann schon der zweite Flop. Wie gesagt, das ist alles ein bisschen verzahnt. Und was rückwirkend vielleicht auch ein bisschen dazu geführt hat, dass ich es nicht gemacht habe, ist, dass ich gerade zum Jahresanfang, wir sortieren es hier mal nach Marktwert, noch relativ viele kleine Positionen hatte. Inzwischen haben sie alle eine sehr ordentliche Position erreicht. Also hier 4.000 Euro Realty-Income ist für mich schon eine enorme Summe. Und auch was hier so bei 2.000 Euro ist, das ist für mich schon sehr viel Geld, was in diesen einzelnen Werten jetzt drin steckt. Aber gerade zum Jahresanfang gab es halt auch noch viele Positionen, die unter 1.000 Euro waren oder hier in diesem niedrigen vierstelligen Bereich unterwegs waren und waren für mich ein Grund, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte erst mal das, was ich derzeit im Depot habe, weiter ausbauen zu einer größeren Positionsgröße heranziehen und dann neue Positionen aufbauen. Ja, und das hängt damit zusammen, dass ich ein bisschen früher gleich 10 Sparpläne ja auf einmal gestartet hatte, 10 Aktien auf einmal ins Depot genommen hatte, überall 1, 2 Aktien gekauft hatte. Dadurch hatten die dann halt 500, 600 Euro Positionsgröße. Mit den 10 Euro Sparplänen geht das mit dem Aufbauen dann natürlich relativ langsam, hier und da mal zugekauft habe. Ich meine, einige Positionen, man sieht es hier, im Home Depot habe ich viel dazu gekauft, sind mittlerweile sehr groß geworden. Aber nicht, dass, Herrgott, nicht desto trotz hatte ich viele kleine Positionswerte da noch im Depot und das war so ein weiterer Faktor, der dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, nein, ich lasse es sein, ich hole mir jetzt keine Tech-Positionen mit rein, dann habe ich weitere kleine Titel oder Werte im Depot. Von daher werde ich es eher so machen, wie ich es jetzt auch dieses Jahr gemacht habe. Zum Ende des Kalenderjahres hatte ich ja mit Kraft Heinz und Cisco zwei Unternehmen dann doch noch mit aufgenommen, die aber auch direkt zu einer gewissen Größe geführt. Also man sieht es hier, Kraft Heinz über 2.000 Euro, Cisco auch schon bei 1.5.000 Euro. Und ja, dass ich dann eine Summe habe am Anfang, die ich da direkt reinschießen kann, dann erst anfangen die Position aufzubauen und dass ich nicht ganz so viel Klein-Klein im Depot habe und sollte sich dann so eine Marktphase ergeben, dass ich dann entsprechend das nächste Mal auch Beherz zugreifen werde, um ja, auch in diesem Sektor dann vertreten zu sein. Ja, und das war es dann auch schon von meiner Seite zu meinen Tops und Flops aus dem Jahr 2023. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dann lasst gerne ein Like da oder auch ein Abo für den Kanal und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal.